Wie die afrikanische warlords ebenso sind. Genau. Wenn du dein Leben lang vor deinem Nachbarn weggerannt bist, der dich mit einer AIDS verseuchten Machete gejagt hat, dann hast du eben keine Angst bei so einem Videospiel. So, Rätscher. Das sieht auch scheiße aus. Bulsar. Bulsar, Hava ist schräg. Also hier ist schräg verbaut. Hämmervoll klein. Hämmervoll. Und eine Lanze. Ja. Und sie schlagen wir auf jeden Fall. Ja, nein. Was hat der Muka FD? Kann ich sagen, aber... Pulsar. Vor allem schräg verbaut. Zeitwärts. Hm. Schräg. Ja, du weißt ja, was ich meine. Ja. Du hast ja auch lieber Kringel beschwert. Ist ja auch klar, was ich meine. Gedeckt. Das ist auch nicht, glaube ich, die korrekte politische Beschreibung. Ja, eben, ne? Oh. Oh, 700 oder sowas. Oh, einer ist bei dir! Eine bei der Lanze. Die Lanze. Ja. Da komm ich aber mit. So schnell hin. Ich hab die Lanze zu kommen. Da krieg ich keine helfen, Bro. Die Lanze krieg ich kaputt. Ja, wie denn? Wie soll ich denn? Ja, ich bin an dem dran. Ich krieg den. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den kriege. Nee, nee, alles kein Problem. Alles kein Problem. Ja. Trotzdem konnten wir jetzt. Muka FD habe ich wie gesagt schon gut getroffen. Ja, der schießt aber wieder Pulsar hier rein. Ja, ja. Hier oben gesagt. Ja, ich sehe es. Ist jetzt gut. Da ist er. Ja, bei mir auf der Seite. Da bin ich auch. Der Sausack. Mhm. Der versucht genau den Winkel daraus zu kriegen, dass wir ihn nicht treffen können, aber dass er hochschieben kann. So. Ahhhh. Ja, sehr gut. Ich glaube, ich habe den Pulsar abgeschossen. Oh, haben wir vorhin. Hämmervoll. Ja, 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 ja. Retscher. Hämmervoll an mir dran. Jetzt kriege ich natürlich die Pulsar ein Arsch. Oh, daneben. Mann, ich hänge am Kapkans. Ja. Treffer auf die Retscher. Ja. Ja. Ja, ich muss weg. Oh. Ah, ach. Ah. 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 nicht mehr gut ich versuchte mal von hinten zu kriegen mario es genau abgehauen irgendwie sehr gut gekriegt ich weiß aber nicht wo die pulsar ist also ich sehe bei mir gepusht sprengen wir an dem redscher den edon ja und noch mal 1000 auf den redscher beide waffen weg brennt unten er springt jetzt hinterher und macht da richtig gut links davon wurde links unten ja unten war er gerade hinter der brücke quasi ja ich habe gesehen ich habe gerade gesehen brennt ja wirklich schon ja ja klar wie gesagt ich habe auch richtig reingedrückt schon oder geht zur duffel dann könnte einnehmen muss auch okay da ist er sehr geil der war schön geglintet weit blick wäre stolz auf dich ach so ist da noch einer am leben ja ja das habe ich gar nicht mitgekriegt bleibt man bisher da hinten ich hoffe dass er mich reinkraft weil also ich habe gerade lanzen hit von vorne sehr gut überlebt nein nein ich meine nicht den ich meine gerade pvp ist eine volle lanze soll nämlich reingekraft und das habe ich gut überlebt also gut war es auch übertrieben aber ich habe vor der gleisketten und so drin muka ref 300 lanze hier bei mir treffer 300 auf die fährt er mir vorbei ist den kraft kann wer durch ich hätte ich passt aber passt auf ein hachner cooler du bist von hinten gerätschert so hast recht aber ich habe nicht so viel abgekriegt nein ich meine nur okay ja ja alles klar cool muka ref 300 ja probleme müsstest du jetzt den pulsa aber wohl ach wir müssen gar nichts machen wir können einfach hinten rumstehen und die eierkraulen sagt ihr was unter 1 gewonnen zu einer mehr was ist los da kommt ja du bist ein scheiß orakel lassen kommen lassen kommen weil er einfach kommen lassen weil jetzt der brennt der papp feier ja ich habe die muka ist noch getroffen und auch schön und zwar feier ist weg sind jetzt beide hier unten an der brücke ich würde so trotzdem kommen lassen wo du mir unsere unsichtbarkeit nutzen habe ich schon mal mit das dreiecksketten total toll sind ja das ist gut weil die hier fast einen ähnlichen effekt haben wie die passion naja gut hatte liegt auf dem dach der idiot ja so die pulsar von raum geben das ist jetzt wie tontauten schießen schön ne du kommst runter 500 ja ich glaube ihn hat gut erwischt ja es sind zwei punkte vorbei wie 100 unter anderem sogar offline gegangen das ist nicht ähnliche ja 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 ja